Herr Kauder, wenn Sie mich schon zitieren, muss ich doch bitten, mich korrekt zu zitieren, statt in billiger Polemik mich hier als Rechtfertigerin des russischen Atomprogramms hinzustellen. Ich habe darauf hingewiesen, dass die russische Aufrüstung im atomaren Bereich auch eine Reaktion darauf ist, dass die USA jetzt angekündigt hat, im Osten Europas schweres Kriegsgerät zu stationieren. Und ich habe darauf hingewiesen, dass das eine ganz gefährliche Aufrüstungsspirale in Gang setzt. Und da hätte ich sehr gerne was von Frau Merkel auch heute dazu gehört, weil ich glaube, es ist verantwortungslos, dass sich Europa auf diese Weise von den Vereinigten Staaten in eine ganz gefährliche weitere Eskalation und Konfrontation hineinziehen lässt. Das ist eine unverantwortliche Politik, weil das gefährdet den Frieden in ganz Europa. Das war mein Zitat und das wollte ich jetzt noch mal korrekt stellen. Es sind nur Erklärungen zur persönlichen Aussagen möglich. Kein Debattenbeitrag. Auch keine Plakate, richtig. Vielen Dank.